Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag, der 22.12.2017. Heute fängt mein Urlaub an. 13 Tage im Sommer habe ich frei. Am 4.01.2018 geht es wieder ins Büro. Bis dahin gibt es zwar hier und da noch ein paar Sachen von zu Hause zu erledigen, aber es ist überschaubar. Ich habe heute schon eine Stunde gearbeitet, ein bisschen was für Sennheiser gemacht und ich glaube heute Nachmittag muss ich noch was für Baal veröffentlichen, Clips auf Twitch. Nicht Twitch, auf Twitter. Und das ist es eigentlich. Ich warte jetzt noch auf DHL, dass die kommen und mir mein Paket bringen. Nach dem ganzen Hin und Her mit DPD hat heute DPD scheinbar zum vierten Mal bei mir geklingelt und mir meinen Rucksack gebracht. Wie gesagt, dann geht es noch zur Post, ein Paket wegbringen, ein bisschen Geld abheben, ein bisschen Lebensmittel einkaufen und dann einen Weihnachtsbaum holen und das dann nach Hause bringen. Bis die Post kommt, werde ich ein bisschen Elite fliegen und ein paar Passagiermissionen machen und nebenbei noch ein bisschen die Wohnung aufräumen. Ich habe zum Beispiel jetzt meine ganze Plastikraumschiffarmada eingepackt in eine Kiste und da ist mal Staub gewischt von einem Jahr oder so. Das war krass und jetzt werde ich mir auch den Rest der Wohnung mal ein bisschen vornehm und ein bisschen in Ordnung bringen. Ja, ansonsten steht heute nichts weiter an. Heute Nachmittag ist irgendwann Stream bei Benni. Mal gucken, was er spielt, was er streamt. Ich werde heute nicht streamen. Ich bin dann morgen wieder ab 12 Uhr da für zwei, drei Stunden. Dann machen wir einen IRL-Stream und verlosen ein paar Computerspiele und packen vielleicht nebenbei noch Geschenke ein oder was auch immer. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, was der Tag so bringt. Also dann habt einen schönen Freitag, einen schönen 22.12. zwei Tage noch, dann ist Weihnachten. Tretet euch nicht so sehr kaputt, wenn ihr einkaufen geht oder so. Ich glaube, ab heute geht es so langsam los mit dem Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie lange ich nachher bei der Post anstehe. Wahrscheinlich Stunden, aber das Paket muss auf jeden Fall noch weg. Gut, dann gehabt euch wohl eine schöne Tag. Bis später in irgendeinem Stream bei jemand anders oder wenn ihr mögt morgen dann wieder bei mir. Also bis dann. Tschüss. Wo ist der Auskunft da? Tschau.